10. Februar von London Derry, Wildissimo, Rotspunen. 10. Februar von London Derry, Wildissimo, Rotspunen 10. Februar von London Derry, Jünger ein Landenderry, also bewirktes Blut gar nicht so doll, einmal warten dort, mit der Mutter nicht so schnell, so, jawohl, den Takt müssen Sie finden, weniger ist häufig mehr mit den jungen Fohlen. Sie warten auf die Frühlingstage, dass Sie raus können, unsere jungen Fohlen und sitzen voller Power. Bleibt mal stehen mit der Mutter, bleibt mal stehen. Stehen bleiben. So, und jetzt noch eine Runde. Es sind ja nur wenige Meter, die wir sehen müssen, um es zu erkennen. Langsam schön. Kommt gleich zurück. So, jetzt im Rhythmus weiter. Dankeschön. Da bekommen wir einen Kurzeindruck. Wir können hier gut verkaufen. Lifetime, die Lotnummer 94, London Derry, ist der Vater, ein interessantes Fohlen. Februar geborener Hengst, Familie von World Cup. 2.500, 2.500 sind geboten auf der linken Seite, 2.500 sind geboten mit um weitere Gebote, 2.500. 2.500. 2.500.